Oh, mein Handy, da sollte ich wohl schnell rangehen. Hallo? Frankie, du musst mir sofort helfen. Ich wurde entführt. Was? Was? Du wurdest entführt? Ja, sie wollen 50.000 Euro Lösegeld. Du musst mir bitte helfen. Ja, ich werde dir helfen. Ich werde alles tun. Ich weiß nicht, wo ich bin. Ich weiß noch nicht mal, wer die Täter sind. Wir gehen einfach zur Polizei und dann... Wir werden dich retten. Nein, Claudine! Wer war das? Das war Claudine. Was hat sie gesagt? Sie hat gesagt, dass sie entführt worden ist. Was? Wir müssen die Polizei anrufen. Ja, das... Uns war schnell... Ich ruf sie an. Okay, okay, dann mach schnell. Ja. Hallo? Hallo, Polizeirevier Heid. Äh, hallo. Ähm, es wurde eine Freundin von uns entführt. Was? Wie heißt sie mit Nachnam und Vornamen? Ähm, Claudine Wolf. Gut. Wo wohnen Sie? Wir wollen nämlich Fotos und weitere Informationen über Sie wissen. Wir wohnen Kleine Straße 99. Okay. Okay, wir sind in wenigen Minuten da. Okay, aber schnell, schnell! Hallo, Polizeirevier Heid. Äh, hallo. Ähm, kommen Sie bitte schnell rein. Wir... Wir wollen Claudine so schnell wie möglich wiederfinden. Bitte, bitte. Kommen Sie schnell rein! Aber die erste Frage ist, äh, kann Ihre Freundin auch im Fernsehen und im Internet gezeigt werden, weil wir würden dann eine Fahndung rausgeben. Ähm, ja klar. Solange, solange sie gefunden wird, ist uns eigentlich alles recht. Und ihr auch. Kommen Sie ganz schnell rein. Bitte, bitte. Vielen Dank erstmal, dass Sie mir die Fotos gegeben haben. Reden wir weiter. Also, ähm, hier auf dem Fotos, hier, da, sie ist halt die Wölfin drauf und, ähm, ja, finden Sie sie schnell, ne? Okay. Okay. Es ist sehr wichtig, dass Sie sie schnell finden, weil sie hat auch einen Freund und wir müssen ihm noch davon erzählen. Fünf Stunden haben wir jetzt die ganze Zeit hier wachgesessen, weil wir uns solche Sorgen um Claudine machen. Was sollen wir denn jetzt bloß machen? Ähm, den Fernsehen einschalten und, um zu gucken, ob schon irgendwie Nachrichten von ihr im Fernsehen sind. Gut, machen wir das. Guten Tag. Willkommen bei dem meist eingeschalteten Sender Venus McBones. Beginnen wir mit den Nachrichten. Heute wird ein Mäd, heute früh wurde ein Mädchen entführt oder er gesagt, ja, gestern Nacht, sie ist von einer Party gekommen mit ihren Freundinnen. Seitdem wird sie vermisst. Heute früh haben sich zwei junge Mädchen gemeldet, dass sie halt vermisst wird. Sie ist eine Wölfin, hat braune Haare, eine liederne Strähne und trägt ein rockiges Kleid mit Absätzen. Jetzt zeigen wir noch mal ein paar Fotos von ihr, damit sie, wenn sie sie finden, melden sie sich bitte unter der Nummer 017779989 und 5 mal die 10. Und vielleicht unter venusmcbones.gmail.at oder bei der Polizei. Jetzt zeigen wir Fotos. Also, sie ist die Wölfin auf diesen Bildern und falls Sie sie sehen, bitte sofort an uns wenden. Ja, das wäre echt schön und die Freundinnen, sie vermissen sie halt so sehr und, ähm, ja, melden Sie sich sofort, wenn Sie sie sehen oder Informationen haben. Bei der Polizei oder bei Venus McBones. Jetzt kommt das Wetter. So, das Wetter morgen wird meist sonnig, aber auch bewölkt. Jetzt kommt die nächste Werbung, nämlich Puma at Van. Viel Spaß. Wir sehen uns heute Abend um 23.00 Uhr. So, die nächste Folge heißt... Live, Reggie, Jam of Puma. In der letzten Folge wurde der arme Rüde Kipper entführt. Kludin wurde schon gezeigt. Also, falls irgendjemand sie sieht, wird er sich bestimmt bei der Polizei oder bei Venus McBones melden, nicht wahr? Ja, das hoffe ich, das hoffe ich sehr. Sie ist meine beste Freundin und, ja... Ja, lass uns ins Bett gehen. Ja, okay. Diesmal müssen wir leider eine Nacht ohne Kludin verbringen. Und mal sehen, ob wir überhaupt einschlafen können vor Trauer. Ja, ja. Gute Nacht, Frankie. Na ja, wenn du überhaupt schlafen kannst. Na, mal sehen. Ich glaube, es war eher nicht, weil, ja, Kludin halt, ne? Ich hoffe, dass sie schnell gefunden wird. Wurzeln zum Falt. Wurzeln zum Falt.